und schauen mal was uns erwartet also der tamir tschuldigung der tamir wird uns erwarten das habe ich vorhin nämlich erwähnt wollte ich mich von erwähnen dass da leute kommen die einen die ganze zeit bedrängen das ist vor allem dann nervig wenn man abhauen muss in späteren teilen kann man mit geld werfen das kann man hier anscheinend nicht okay wir sind hier auf dem schwarzmarkt im sterben so mal gucken wir schenken uns mal hier durch die zahlen ändern nicht eure männer haben den befehl nicht dafür darum habe ich meine kunden enttäuscht wir brauchen mehr zeit das ist die entschuldigung eines faulen oder dummen mann was seid ihr weder noch das sehe ich anders nun sagt was denkt ihr dazu euer problem zu lösen diese waffen werden umgehend benötigt ich sehe keine lösung die männer arbeiten tag und nacht aber euer kunde verlangt so viel und das ziel eine so beschwerliche route wenn ihr doch nur waffen genauso gut produzieren könntet wie ausflüchte ich habe getan was ich kann das ist nicht genug dann verlangt ihr vielleicht zu viel zu viel ich gab euch alles ohne mich würdet ihr immer noch für ein almosen schlangen beschwören und alles was ich verlangte war dass ihr meine befehle erfüllt und ihr sagt ich verlangt zu viel ihr sagt es mich herauszufordern friede tamir ich wollte euch nicht beleidigen dann haltet eure zunge im zauber einhalten ich habe gerade erst begonnen ihr kommt in meinen zu steht vor meinen männern und wagt es mich herauszufordern was die leiche lasst euch das eine leere sein denkt nach bevor ihr mich enttäuscht zurück an die arbeit ja das ist ein ziemlicher miese peter ich werde euch ja schlagen auch nee wie seid ihr mich jetzt so schlecht weg 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 na gut aber ich verfiss mich erst mal ich will den was im hinterhalt angreifen ich habe Bock auf offene konfrontation ich hoffe ich werde jetzt nicht desynchronisiert das wäre überhaupt nicht toll ich bin auch in sicht ich habe mich hinsetzen können ich voll idiote einfach stecken mich in so einem dachgarten ich glück habe kommt der typ zu mir hoch dann kann ich ihn da köln das hat jetzt nichts mit assassinen irgendwie zu tun weil die eigentlich im verbogenen agieren aber ja okay das geht nicht gut dann bleibe ich hier oben warte dass er einfach so hoch kommt sehr sehr feig ich weiß ich bin gespannt war ich gleich in der abrieten dafür werdet ihr bezahlen Ihr und eures Gleichen. Sie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein? Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut. Ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Gehen Sie zurück zum Büro des Verbindungsmanns, wenn Sie anonym sind, um Ihre Mission zu beenden. Oh, wir haben eine Leiste dazu bekommen, die ist oben. Nein! Oh, guck mal. Ja, also es ist ziemlich aus dem Guder gelaufen, das Ganze jetzt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die Mission gescheitert ist, weil der Typ mich gesehen hat. War aber glücklicherweise nicht der Fall. Ähm, ja. Also eigentlich ist es ja so, dass die Assassinen das so handhaben, dass sie aus dem Verborgen angreifen, so von oben auf den Drauf springen oder so. Aber ich habe einfach nur klägliches Ver... Ist das ein... Ist das ein Templer? Nein, das ist kein Templer, alles klar. Kein Problem. Auf dem Templer habe ich ein bisschen Angst, also ihr wisst auch, warum, glaube ich. Ich habe es davon gesehen. Ach nee, Leute. Bogenschütze! Komm, weg. So. So, ach Leute. Ich bin auf Quall gebürstet. Ich bin jetzt heiß. Ich muss nur treffen. Okay, jetzt sind wir zwei. Ah. Das ist gut. Weg. Na klar kann ich dazu. Ich bin schon dabei. So, ich tue da einfach alle Soldaten in der Stadt. Und dann, äh, ja. Habe ich meine Ruhe. Ich möchte mich gerne irgendwo verstecken. Wenn wir so geächt und gestöhne von den Soldaten hören, dann heißt das, dass die... ...die Dächer gerade hochklettern. Eigentlich. Normalerweise. Aber irgendwie... Ich werde mal einfach mal hier oben. Der ist weniger los als auf der Straße. Ja, was ich sagen wollte. Ich habe komplett verkackt. Habe den Tamir trotzdem getötet. Ich dachte aber eigentlich, dass es fehlgeschlagen wäre, weil ich ihn aus Verborgenen töten muss. Weil die letzte Sequenz war ja auch die, dass, ähm, der Alter Ehr ihn mit der verborgenen Klinge quasi zur Strecke bringt. Also er hat hier so in den Reihen gestoßen quasi. Ja, also ich habe da ziemlich versagt. Tut mir leid. Aber gut, wir haben ihn getötet. Das ist die Hauptsache. Oh. Ohohoho, da machen wir einen großen Bogen drin. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ähm, ja. Und jetzt haben wir den Töter. Er hat gesagt, dass er noch ein paar Brüder hat. Und der Altär hatte überhaupt keine Ahnung, was es geht. Aber wenigstens hat er seinen Auftrag erfüllt. Und am Ende hat er, habt ihr vielleicht gesehen, mit so einer Feder war es, glaube ich, das Blut von ihm quasi so aufgelesen. Als Beweis wahrscheinlich, dass er den Auftrag beendet hat. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter Ehr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und meinen Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch geringschätzen. Rafiq, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter Ehr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Joa. Cool. Jetzt hier wurde eliminiert. Alles klar. Gut, ein paar Nebenmissionen sind noch offen. Wir sehen da wieder was, was erleuchtet auf der Karte. Tö. Ach, Gegenwartsequenz, mal was Neues. Gut, damit wurden wir ja letzte, sagen wir mal, Stunde fast. Jetzt erst mal von verschont. Ja, wir sind wieder da. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürren besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Das ist nett. Ihr könnt euch auf eine Sache riesig freuen schon. Und zwar auf die letzte Szene des Spiels. Soviel dazu. Die Szene, die war der absolute Hammer. Aber es wird noch ein paar Parts dauern. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, sechs Tage noch. Deadline? Warum nicht? Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner scheiß Maschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Ah ja, nur Ausflüchte. Hey, ich hab ne Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie's. Cool. Also wir sind anscheinend doch in Deutschland. Nein, also wir sind schon in den USA, aber... Ja, es ist halt immer ein bisschen unglücklich übersetzt, finde ich. Kann nichts machen. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott. Die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich hab viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Na, der Gute, Desmond ist so ein kleiner Zyniker. Hallo? Ich kann mit dir reden. Hallo? Gar nicht müde? Ich geh schon wieder ins Bett, das kannst du haken. Ist das der Computer? Ah, okay. Joa, Eingang. Ich darf wieder vorlesen. So. Gehen wir hier drauf. Von Warren Wiedic. Bezüglich... Ah, ne, warte mal. Muss ich unten anfangen? Ach so, der ist der komplette Verlauf. Hier. Lucy Sillman an Warren Wiedic betrefft Layla. 3. September, 21.05. Sie sagten eben etwas von Enden wie Layla. Was meinten Sie damit? Oder Layla? Lucy. Nichts, zurück an die Arbeit bitte. Es gibt eine Deadline. PS2, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Aha. Okay. Verwaltung. Vertraue ich Informationen. Ja, ihr Witzbolde. Na ja, gut. Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Filmpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihre Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertrauliche Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung Ihrerseits das Recht erhält, ein Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollen Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. Ja, so sind wir. War auch am 3. September und hier haben wir 9.13 Uhr. Achso, ich bin falsch rum vorgegangen. Ups. Egal. Ähm, 3. September 2.36 Uhr. Also erstmal haben wir um 22.46 Uhr von Lucy an Warren eine E-Mail betrefft Ihr Stift. Warren, habe heute wieder Ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Lucy. So, Antwort um 2.36 Uhr. Toll. Legen Sie auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke. Danke. Bitte. Gut, alles gleich. Dann. Ja, haben wir das doch. Gelesen. Toll. Schön. Ähm, ja, ist das der Computer, den sie meinte? Oh, ich fürchte, dass es nicht der Computer, den sie meinte. Oh, oh. Oh, oh. Äh. Ich glaube nicht, dass er wollen möchte, dass wir an seinen Computer gehen. Ich wäre auch von der Lucy sehr fahrlässig. Nee, alles gut. Na, war das wohl der Computer, oder? Weil sonst ist hier keiner. Kann ich mit der reden? Wieder? Hallo? Information mit der wieder teilen? Ich kann nicht reden, hab zu tun. Hm, doch nicht. Ja, gut. Kann ich noch irgendwas machen hier? Nö, ich kann nur die E-Mails lesen. Alles klar, ist da irgendwas? Nö. Nö. Da ist der Typ reingegangen, dann gehen wir wieder ins Bett. Oder wir gehen wieder duschen. Mit Klamotten. Ist hier noch irgendwas, was ich irgendwie lesen könnte? Hallo? Ne, wir legen uns ins Bett. Gehen wir, Mr. Miles, die Zeit drängt. Okay. Also zudecken möchte er sich nicht. Ja gut, er schläft ja auch in den Straßenklamotten. Hat er auch Schuhe? Ja, Schuhe hat er auch angehabt beim Schlafen. So, erstmal ins Bad gehen und erstmal frisch machen, oder? Wie sind wir dann hier? So. So, sind frisch. Fertig. Gut. Interagieren. Achso, immer noch nicht. Okay. Das ist auch ein bisschen traurig, weil irgendwann müffelt es doch. Ich weiß nicht, ob man unterm Animus auch schwitzt. Ich schätze mal schon, oder? Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit fern gesehen? Oder eine Zeitung gelesen? Ne. So was hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. Tausend Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind. Was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Das Ende aller Konflikte. Großer und kleiner. Habt Ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hinein passe. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Sind wir das? Ah, ihr seht, ihr trägt diesen komischen Stift immer noch außen. Ah ja, manche sind einfach unverbesserlich. Unbelehrbar. Gut, gehe ich mal zu Lucy. Mal gucken, was die so erlebt hat. Zu sagen hat. Hello. Ach, die will ich mir deswegen flirte. Oh ja, ist ja gut. Was für ein rauer Umgangston. Mein lieber Scholli hier. Ah, aber würde ich einen Heier machen? So, ich denke mal, wir können jetzt manuell auswählen, oder? Das wäre total toll, weil... Ja, wir können manuell auswählen. Super. Ähm, wir sehen jetzt hier... Gedächtnisabschnitt 1 waren wir fertig mit. Gedächtnisabschnitt 2 waren wir nicht fertig. Äh... Wenn Sie bereit sind, wählen Sie einfach die Erinnerung, die Sie besuchen möchten. Ich will mal grad was... ...nachschauen, ob das geht. Ja. Geht. Also, Attentat komplett. Was haben wir hier? Aussichtspunkte. Okay, die müssen wir noch machen. Wir müssen noch die Bürger retten. Das können wir anscheinend später noch machen. Genau. Das waren die Nachforschung und das Wissen, dass wir da einfach Dinge nachgeforscht haben. Oh. Oh. Können wir anfangen, Desmond? Äh, nein. Nein. Ah, okay. Ähm. okay ist egal ich werde auf jeden fall die aufnahme ist erstmal bänden ich bedanke mich recht herzlich bei euch für euer interesse dass ihr zugeschaut habt und ja ich würde sagen nächstes mal wissen wir schon jetzt schon wissen der abschnitt drei verschwenden sie keine zeit und fangen sie an ist damals gut ich würde die dinger denke ich mal also wir sind ja gar nicht ich hole ja später nach würde ich sagen ich mache erstmal 10 dritten weiter und werde dann einfach nur auf der zeit den einfach weitermachen schließlich gut als klar wie gesagt danke für euer interesse und ich würde sagen beim nächsten mal machen wir dann abschnitt drei und ja schreiten an der story voran ich fand schon sehr interessant eigentlich ist was wir so ein bisschen erfahren haben weil alter hier stelle ich eigentlich voll auf dem schlauch genau wie der desmond wir sind bereit und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüssi